Wie ich Ihnen ja letzte Woche im Video gesagt habe, werfen wir diese Woche mal einen besonderen Blick in den gesamten Garten. Was ist gewachsen? Was wächst gut? Was wächst weniger gut? Welche Blumen haben wir? Und wie wachsen die? Einiges in diesem Jahr, muss ich Ihnen ehrlich sagen, wächst nicht so wie es soll. Einiges umso besser und bei einigen mache ich mir ernsthafte Sorgen. Und was das alles ist, zeigen wir Ihnen nach dem Vorspann im Garten. Also bis gleich im Garten. Und da sind wir schon im Vorgarten. Und genau da fängt schon mein Problem an. Wie Sie ja alle mitgekriegt haben, sind wir einmal hingezogen und gleich wieder zurückgezogen. Ja und da gab es so ein paar Problemchen. Fängt hier mit an, mein Kirschbaum. Habe ich mir gekauft. Das ist eine Schwarzkirsche. Der kriegt jeden Tag jede Menge Wasser. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der wird diesen Sommer nicht überleben. Das gleiche gilt für den Zwergkirschbaum, den ich von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen habe. Das ist der hier vorne. Beide bekommen haufenweise Wasser. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es reicht einfach nicht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir mittlerweile seit acht Wochen nicht einen einzigen Tropfen Regen hatten. Und wir wirklich gießen ohne Ende. Aber trotzdem wird es nicht reichen. Einiges am Positiven habe ich aber in diesem Vorgarten auch zu sagen. Ich habe im letzten Jahr mir hier vorne Enzian gepflanzt. Und ganz bisschen von diesem Enzian kommt wieder. Wo ich echt Angst hatte, dass der es nicht überlebt. Ansonsten sieht unser Vorgarten gar nicht mal so schlecht aus. Flori wieder seine Sonnenblumen hier überall zwischengesetzt. Die kommen ganz gut. Hier drüben. Ja. Mein Maulbär-Trio haben wir hierhin verpflanzt. Natürlich keine Früchte dran. Aber es ist ja auch kein Wunder, wie gesagt. Das Ganze war ja einmal kurz in Wietze. Und jetzt wieder hier. Ich denke, da werden wir nächstes Jahr die ersten Früchte dran haben. Ich hoffe dann auch, dass die zwei Kirschbäume das auch überleben. Aber da schauen wir einfach mal. Wenn Sie sich übrigens wundern, was das hier über mir ist. Das sind Lichterketten. Ich bin so ein bisschen Lichterketten fanatisch. Der ganze Garten. Und das zeigen wir Ihnen am Ende dieses Videos, nach dem Abspann, wie das abends aussieht, wenn das hier leuchtet. So. Kommen wir mal weiter. Unser Vorgarten sieht ja auch schon ein bisschen, ja, gemüselastig aus. Und zwar stehen hier Kübel rum. Einmal hier und da hinten steht noch ein Kübel. Da habe ich meine Süßkartoffeln drin. Da Süßkartoffeln unheimlich viel Wärme und Licht brauchen und das toll finden. Wie gesagt, die kommen im Vorgarten. Einmal, wie gesagt, hier und einmal der andere da hinten. Eine richtig tolle positive Überraschung verbirgt sich hier hinter. Da, mein Kaki-Baum. Erst habe ich gedacht, dass dieser gutste gar nicht mehr wiederkommt. Weil der war tot. Da war nichts mehr zu sehen. Und jetzt auf einmal treibt er an allen möglichen Ecken und Kanten aus. Und ich hoffe mal, dass er dann vielleicht in zwei, drei Jahren auch seine ersten Früchte trägt. Und so, kommen wir mal zum Gartenteich. Da hat Flo, und da gibt es am Ende des Sommers ein eigenes Video von Flo wieder, seine Dahlien. Ich weiß gar nicht, wie viele er da hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stück. Er ist ja so bei uns der Blumenmann, muss man ja mal sagen. Ich bin so der Obstmann, so wie hier mein Apfelbaum. Da sind auch schon kleine Äpfelchen dran. Leider auch Raupen. Aber gut, es ist halt die Natur. Und da wir nicht spritzen, leben die halt im Einklang mit den Äpfeln, solange sie nicht in die Äpfel gehen. Ja. Und dann geht es hier weiter. Hier hinten haben wir ja mit unserer Terrasse angefangen. Das soll ja im Wintergarten werden. Da steht jetzt der Rasenmäher, da steht jetzt irgendwie alles so ein bisschen chaotisch rum. Vor der Terrasse allerdings steht hier meine Aronia. Und die hat den Umzug echt top überstanden, weil die bildet sogar Früchte. Was alle anderen Bäume, die wir verpflanzt haben oder auch die Sträucher, kommen wir gleich rum, nicht getan haben. Alle anderen kämpfen erst mal damit, überleben zu können überhaupt. Was jetzt nicht tragisch ist. Aber jetzt kommen Sie mal mit. Jetzt muss ich Ihnen mal was zeigen, worauf ich richtig dolle stolz bin. Und ich hoffe, das funktioniert mit dem Licht ein bisschen. Wenn nicht, müssen wir das gleich mal ein bisschen ändern, glaube ich. Dass Flo sich mal in den Kirschbaum stellt hier. So. Ist es besser? Ja, er nickt. Scheint besser zu sein für Sie. Schauen Sie mal. Meine Lilien. Sind die nicht schön und fast so groß wie ich? Klasse. Ja. Haben wir vor, ich glaube, drei, vier Jahren hierhin gepflanzt. Werden von Jahr zu Jahr mehr und von Jahr zu Jahr größer. Total schön. Freue ich mich. Ja. Was haben wir noch? Dann haben wir ja hier hinter mir, da ist übrigens der zweite Kübel, mit Süßkartoffeln. Und wir haben hier unsere Loganberry. Die steht wieder genau an dem Ort, wo sie stand, bevor wir weggezogen sind. Ja. Und da scheint sie sich auch wohlzufühlen, weil sie wächst wieder. So. Jetzt gehe ich gleich an Flo vorbei. Flo sucht sich gleich erstmal einen schönen Platz, wo man vernünftig filmen kann, ohne dass die Sonne so ein bisschen stört. Und dann gucken wir uns die Terrasse mal an. Also wir sehen uns gleich. Nun bin ich auf meiner Terrasse, die ja bald zum Wintergarten werden soll. Hier vorne stehen sowohl die Heidelbeeren, die zwei großen Büsche sind das. Und dann haben wir hier noch Kamtschatka-Beeren. Die Kamtschatka-Beere hatte eine ganze Beere dran. Und fragen Sie mich nicht, wie die geschmeckt hat. Ist ein Vogel gewesen, hat sich die eher geholt. Die Heidelbeerpflanzen haben sehr viele Blüten gehabt. Sind auch schön Bienenrande gewesen. Aber nun haben wir das Problem, dass auch da die Kraft einfach in diesem Jahr nicht reicht, um die Früchte groß werden zu lassen. Also steckt die Pflanze erstmal die gesamte Kraft in die Triebe. Und ich denke, im nächsten Jahr werden wir dann Heidelbeeren haben. Was ich Ihnen noch zeigen muss, und da bin ich richtig stolz, ist das hier oben. Schauen Sie mal. Fängt gerade an zu blühen. Unsere Kletterhose, ist die nicht schön? Muss ich sagen, stolz wie Bolle bin ich auf die. Herrlich, und die duftet? Das glauben Sie gar nicht. Versteckt habe ich hier auf der Terrasse übrigens, hinter diesem Sichtschutzfeld, meine Gurken. Das sind die Gurken, die ich, glaube ich, im letzten Rückblick erzählt habe, die wir wiedergefunden haben, obwohl wir die Kürbisse pflanzen wollten. Die sind jetzt dahinter, ein bisschen windgeschützt, fangen jetzt gut an zu wachsen. Sichtschutzfeld kommt bald weg und dann können sie da oben hochranken. Tja, das war jetzt soweit der Vorgarten. Obwohl, eins habe ich noch vergessen, da gehen wir dann mal rüber. Unsere Johannisbeersträucher und Stachelbeersträucher. Die Johannisbeeren haben wir ja auch mit verpflanzt, das sind die zwei Büsche da hinten. Und da wusste ich schon, dass auch die in diesem Jahr wenig bis gar keine Früchte tragen werden. Und das ist jetzt leider auch so. Was aber gut ist, hier, Stachelbeeren, da sind sogar welche dran, hier unten, da. Jede Menge. Dann gibt es nachher eine schöne Stachelbeertorte, wenn die soweit sind. Tja, das war jetzt erst mal soweit der Vorgarten. Jetzt gehen wir gleich mal ins Gewächshaus und dann nach hinten. Und da ist eine ganze Menge passiert. Und dann zeige ich Ihnen sogar noch, was wir schon angefangen haben zu bauen, wo es auch noch ein eigenes Video zu gibt. Und, und, und. Also, es ist noch eine ganze Menge. Bis gleich im Gewächshaus. Angekommen in unserem Gewächshaus sind dieses Jahr die Tomaten. Und dadurch, dass ich sie wirklich nicht nur ausgeize, wie verrückt in diesem Jahr, sondern auch wirklich an diesen Spiralen hochziehe, nicht so kräftig, also was heißt kräftig schon, aber sie sind halt nicht so ausgewuchert, wie ich es sonst immer habe. Übrigens ist es sehr schön hier unten. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Ob, Flo, da mal näher rangehen kann. Hier hängen schon die ersten Tomaten dran. Da. Schön, oder? Und, ähm, Flo, du darfst gleich wieder reinkommen, weil, ich bin ja ein bisschen stolz, ne? Hatte ich im letzten Rückblick Ihnen schon erzählt, mit dem Brokkoli, den ich im Winter oder zum Herbst hin reingepflanzt hatte, damit der jetzt im Frühjahr gut wächst. Gut, ich hatte dann hier ein paar Mäuse drin, die fanden das Gemüse, also dem Brokkoli, sehr lecker. Ja, aber ein einziger hat es überstanden. Und den gucken wir uns jetzt mal an, weil der ist wirklich kurz vor Erntereif hier unten. Schauen Sie mal, ist das nicht schön? Tja, bin ich so ein bisschen stolz drauf. In unserem Gewächshaus befinden sich, Vorsicht, Flo, jetzt kommt der Deckel. So, Entschuldigung, musste sein. Weil Flo haut ja mal um gegen die Tür gegen. Ähm, hier stehen 17 verschiedene Sorten Tomaten drin. Nun ist das Gewächshaus natürlich relativ klein, aber, ich sag mal so, ähm, dadurch, dass ich sie gut ausgeize und sie wirklich auch an diesen Spiralen hochziehe, funktioniert das in diesem Jahr eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Ja, das war jetzt das Gewächshaus. Jetzt gehen wir ein Stück raus. Und zwar kommt jetzt unser, na, ich nenne es mal, zufällig entstandenes Kartoffelfeld. Weil, schauen Sie mal hier, ähm, ja, da habe ich meine Bamberger Hörnchen, meine, äh, was haben wir da drin, jetzt weiß ich das gar nicht. Jetzt muss ich überlegen, Bamberger Hörnchen, Linda und noch irgendeine dritte Sorte. Da komme ich jetzt nur leider nicht drauf. Wie gesagt, ähm, haben wir hier drin, zwangsläufig, weil, wie gesagt, ne, wir waren ja umgezogen und die ganze Geschichte kennen Sie ja langsam. Ähm, nur hatte ich jetzt die Kartoffeln, die mussten ja irgendwo hin. Ja, die stehen jetzt hier. Ob das was wird, wie das was wird, das sehen wir zum Herbst. So, ein Stückchen weiter geht es jetzt, und da sehen Sie schon am Gewächshaus vorbei, unsere Freilandtomaten, die wir da mal so hinten unter dem Vordach gepflanzt haben. Genauso wie die Tomaten auf der Terrasse. Und das ist, ähm, jedes Jahr so das Erstaunliche für mich, dass die Tomaten, die nicht unbedingt nur Freilandtomaten sind, sondern eigentlich auch Gewächshaustomaten, hier Bombe wachsen. So, und dann stehe ich nun auch schon an meinem nächsten Projekt. Hier, Outdoor-Küche. wird auf jeden Fall eines der Projekte, was im nächsten Jahr erst fertig wird. Da haben Sie ja sicherlich das Video gesehen, wo wir meine Küchenhexe gekriegt haben. Die soll hier integriert werden. Da kommt dann noch eine Arbeitsplatte zu. Dann soll noch so eine Art Grillecke dazu. Und einen Räucherofen. Also alles irgendwie so, dass man das schön für sich hier draußen nutzen kann. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Flo, seinem Paradies, welches im nächsten Jahr schon wieder verschwindet. Und zwar sind das die Erdbeeren hier. Geplant war das Ganze ja als meine Kräuterecke. Dann ist es zu groß geworden. Dann haben wir gesagt, dann setzen wir die Erdbeeren da rein. Und ob Sie das glauben oder nicht, da sind Wühlmäuse drin. Und die fressen wirklich die Erdbeeren von unten ab. Ja, können wir nicht ändern. Ist schade drum. Aber auch mit Erdbeeren haben wir für nächstes Jahr ein ganz interessantes Projekt. In der Planung, genauso wie hinten im Garten und vorne im Garten. Aber dazu erzähle ich Ihnen später noch was. Jetzt gehen wir erstmal in den Hauptteil, nämlich in den Gemüsegarten, wo es richtig schön grünt und wächst und vorangeht. Aber das gleich. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns gleich. Hochbeet 1. Das Größte. unserer ganzen Hochbeete. Das ist auch das älteste von den beiden. Ich dieses Jahr Möhren rein. So ein bisschen klein, aber schmeckt. Bei denen hier verstehe ich es nicht ganz. Weil die wollen nicht so ganz. Und die hier, die sind Bombe. Alles ein bisschen merkwürdig. Aber mein Gott, ist halt Gemüsegarten. Da weiß man nie so genau, was wächst und was nicht. Hier neben ist meine glatte Petersilie. Die kommt ganz gut. Dann habe ich hier Pastinaken und grause Petersilie. Ja, hier sieht man Knoblauch. Einige sind richtig schön dick und bei einigen sieht man hier so ein bisschen aus wie Gras. Das ist aber kein Gras. Das sind ganze Knoblauchzehen, die irgendwo im Garten aufgelaufen sind. Die haben wir dann da reingesteckt. Scheinen sich offensichtlich sehr wohl zu fühlen. Hier drüben haben wir dann ein paar vom Floh seinen Sonnenblumen zwischen stehen. Die haben wir nicht gepflanzt. Die sind einfach aufgelaufen. Die schützen jetzt hier die Schwarzwurzeln vor zu viel Licht und Sonne. Was auch nicht verkehrt ist. Dann habe ich hier hinten meinen Rettich. Rettich probiere ich ja seit Jahren aus. Der wird immer ganz gut. Schauen wir mal, was in diesem Jahr wird. Und dann habe ich hier hinten noch vier Tomatillos reingepflanzt. Das sind ja diese, so eine Art Lampignon Pflanzen. Die mandarinen große Früchte. Da gibt es übrigens auch noch ein Video zu. Ich denke mal so zum Herbst hin. Also einfach dranbleiben. So, jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt geht es nämlich zum anderen Hochbeet. Das kann ich allerdings nicht betreten. Also schon, ich müsste außen rum gehen. Mache ich jetzt aber nicht. In dem Hochbeet haben wir dieses Jahr nicht wirklich viel drin. Weil es ist das neue Hochbeet. Und in dem neuen Hochbeet pflanze ich grundsätzlich nur Sachen rein, die das Absacken des Hochbeets auch vertragen. Also Sie sehen ja, das Hochbeet war mit Erde gefüllt bis ganz oben hin. Und jetzt sackt der Kram so langsam ab. Dann haben wir ganz vorne in dem Hochbeet. Hier nämlich schwarzen Sesam. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was schwarzer Sesam ist. Also ich weiß, was es ist. Aber was davon schwarzer Sesam ist. Also im Moment weiß ich nur, was Unkraut ist. Das nehme ich dann raus. Der Rest bleibt drin. In der Hoffnung, dass irgendwas davon dieser schwarze Sesam ist. Habe ich noch nie ausgesehen. Probiere ich aus. Gibt es übrigens auch im Video zu. Daneben ist Basilikum. Ja, ich sage mal sehr dürftig gewachsen. Aber gut. Dann Boxhornklee. Und dann gibt es hier drüben Erdbeerspinat. Dann kommt eine Reihe Tagetes. Die hatten wir über. Bisschen Porree. und Sellerie. Das ist so das Hochbeet. So, und dann stehe ich ja hier die ganze Zeit hier vor Seilen. Das sind unsere Stangenbohnen. Eigentlich bei uns immer eine Bank. Aber ich habe in einem Rückblick, ich weiß nicht, ob es in einer Elf oder in Zehn war. Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Hatte ich Ihnen schon gesagt, dass es alle paar Jahre kein Bohnenjahr wird. ist in diesem Jahr der Fall. Wie man sieht, die Stangenbohnen sehr vereinzelt. Ein paar kommen, ein paar nicht. Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Ich habe noch mal welche nachgelegt. Ich hoffe, das klappt dann. Hier außen allerdings, und die kommen echt Bombe, sind Meterbohnen. Die werden bis zu 80 Zentimeter lang. Also nicht die Pflanzen, sondern die Bohnen. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt mal hier so rüber gucken, über unseren kleinen, feinen Garten, da gehe ich einfach mal in die Mitte, sieht ja schon besser aus, als wir angefangen haben. Das sind alles dieses Jahr so Mischfelder. Hier haben wir Gurken, dann haben wir Sellerie dritt. Ach Quatsch, Sellerie. Mangold, rote Beete, bunte Beete und Kohlrabi. Das habe ich alles, dieses Jahr machen müssen, weil ich halt dieses Problem habe, dass wir zu viel Gemüse auf einer zu kleinen Fläche aussehen mussten, durften, konnten, nein, mussten. Weil wie gesagt, in dem anderen Garten war es halt geplant, dass wir dort auf 800 Quadratmeter bauen. Hier haben wir 400. Ist ein bisschen weniger. Aber was gut wächst, sind meine Salate. Sowohl die Kopfsalate als auch die Lollorosso, dazwischen die Zwiebeln. Hier außen Spargelsalat. Erkläre ich auch irgendwann noch mal was zu. Dann haben wir hier eine Reihe Brokkoli. Der will nicht ganz so. Der mag das nicht, aber ich habe noch mal Brokkoli ausgesät. Schmeißen wir einfach noch mal in die Erde. Was immer eine Bank ist, ist der hier. Mizuna. So wächst er auch. Wenn Sie mal in den Rückblicken ein wenig gucken. Es kann neun gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Waren das so ganz kleine Mini-Dinger und das sind sie jetzt. Und, ja, ich sage mal, es sind knappe sechs Wochen vergangen. Und das ist halt ein Wahnsinn. Hier haben wir schon für den Herbst Rosenkohl. Ist auch nicht so pralle wie sonst. Und hier außen auch ein Projekt gibt es auch ein Video zu. Zuckerrüben. Aber dazu kommt viel, viel später erst ein Video. Also dranbleiben. Ja, meine Erbsen in diesem Jahr habe ich einfach viel zu spät gesät. Das sind Feldhelm-First-Erbsen. Normalerweise werden die im Februar ausgesät. Tja, und wie Sie sehen, fanden die das nicht so toll, im April ausgesät zu werden. Mal gucken. Wir lassen sie wachsen, vielleicht wird es dann doch noch was. Ja, hier hinten gibt es auch ein Video zu Kidneybohnen. Auch eine spannende Geschichte. Hier hinten in dem Feld Spitzkohl. Bisschen eng gepflanzt, wie gesagt, ich habe ja das Problem dieses Jahr. Und hier haben wir natürlich unsere Reihe mit Zucchinis. Vier verschiedene Sorten übrigens. Dahinter wächst noch eine Reihe Mais, die habe ich auch sehr spät gesät. Aber in diesem Jahr ist es wirklich, wir lassen wachsen, was glücklich werden will und was nicht wächst. Ja, das können wir halt dieses Jahr dann nicht ernten. Hier vorne habe ich meine Buschbohnen. Die kommen erstaunlich gut. Dafür, dass eigentlich bei mir dieses Jahr kein Bohnenjahr ist. Auf dieser Seite ist dieses Jahr, ich nenne es mal so, das Versuchsfeld von Flo und mir. Hier vorne sieht es noch ganz gut aus, das ist Weißkohl und Rotkohl. Rotkohl versucht sich gerade ein wenig zu erholen, liegt nämlich daran, dass der schon mal wieder von Tauben abgefressen wurde. Jetzt kommt er langsam. Dürfte auch ein bisschen spät werden, aber gut. Ja, und hier Floris. Floris Wassermelonen. Gibt es auch ein Video zu. Ende des Sommers. Wenn es dann was wird. Hier drüben habe ich meine Freilandgurken. Ja, auch die wollen in diesem Jahr nicht. Genauso wie die Paprika und Chili, aber die kommen jetzt ganz langsam. Und hinten in der Ecke werden wir die nächsten Tage ernten, der Rhabarber. Das war jetzt der Gemüsegarten. Eins habe ich noch vergessen, das ist jetzt ein Problem für Flo. Das Topinambur. Jetzt läuft er langsam zurück. Das Topinambur haben wir letztes Jahr nicht geerntet, weil, pass auf, jetzt kommt die Stufe. Entschuldigung. Haben wir nicht geerntet, weil es ja hieß, wir ziehen um Vorsicht. Ja, Quittung kriegen wir jetzt. Wir haben einen Wald von Topinambur. Ist nicht weiter tragisch. Ernten wir dieses Jahr und fertig ist. Also, falls Sie da Interesse dran haben, falls jemand von Ihnen Topinambur nachher haben möchte, das ist gar kein Thema, schreiben Sie es unten in die Kommentare. Wir schreiben dann privat. Dann schicke ich Ihnen im Herbst ein paar Knöllchen zu. Ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Bevor dieses Video jetzt zu Ende ist, gehen wir noch mal hinten auf den Berg, gucken noch mal nach den Kürbissen und dann war es das mal wieder. Aber dazu kommen wir gleich. Also, bis gleich bei den Kürbissen. Wo man hinguckt, Kürbisse und Brombeeren. Ja, hier müssen wir wieder freischneiden, weil im Moment ist es noch so, dass die Brombeeren schneller beim Wachsen sind als der Kürbis. Liegt aber auch da dran, wir haben jetzt acht Wochen keine nennenswerten Regenfälle gehabt. Aber Sie sehen, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, hier, überall haben wir die Kürbisse. Da hinten auch. Überall zwischenstehen. Und es geht langsam los. Sie fangen an zu wachsen. Was auch ehrlich gesagt Zeit wird, weil ja, das muss hier dicht werden. So, jetzt sind wir bei den Kürbissen gewesen. Und wo sind wir jetzt? Am Ende des Videos. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Das war mal jetzt ein aktueller Blick, wie es jetzt, genau jetzt im Garten aussieht. Und auf unserem Berg, auf unserem Versuchen. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns bitte treu. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, lassen Sie mal ein Abo da. Hilft uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video wieder. Und dann geht es weiter in unserem Garten. Ich gehe mir jetzt erstmal ein paar Kirschen ernten, weil die sind nämlich jetzt auch reif. Also, bis nächste Woche. Treu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020